Hallo ihr Lieben, es gibt leider wirklich niederschmetternde News. Ich bin es wieder, euer Tobi von Hanfner und es ist jetzt durchgesickert. Die zweite und dritte Lesung wurden verschoben auf die Kalenderwoche 50. Also Mitte Dezember wird erst im Bundestag abgestimmt über die Legalisierung, Teillegalisierung, Entkriminalisierung oder auch Teilentkriminalisierung. Das ist natürlich wirklich ein harter Schlag und man ist erst mal am Boden zerstört. Aber, aber, aber ich will trotzdem, auch wenn ihr mir vielleicht schon nicht mehr zuhören könnt und wollt, das Ganze mal positiv bewerten. Ich glaube zum einen, es kann eigentlich nur damit zusammenhängen, dass an diesem Gesetzentwurf, wie er zuletzt vorlag, nochmal gearbeitet wird. Und so wie ich das im Gesundheitsausschuss rausgehört habe und rausempfunden habe und auch bei meiner Reise jetzt in Berlin für mich gespürt habe, glaube ich an positive Verbesserungen. Ja, das heißt noch nicht, dass das deswegen der große Wurf wird, aber es wird positive Verbesserungen an diesem letzten Gesetzentwurf geben. Für mich kann das ja nur der einzige Grund sein, warum es sich jetzt nochmal verzögert. Also sehen wir das Ganze mal positiv und wir können unsere große gemeinsame Party doch noch ein bisschen besser planen. Denn ich bin wirklich überzeugt und auch da verstehe ich, wenn ihr mir vielleicht keinen Glauben mehr schenkt, aber ich bin überzeugt, dass diese Sitzung an diesem Tag dann auch stattfinden wird in der Kalenderwoche 50. Bis dahin wird das Gesetz überarbeitet sein und dann wird abgestimmt. Und das heißt, wir können noch vor Weihnachten unsere riesengroße Party in Berlin feiern. Und ich finde es jetzt schon toll, wie viele darauf reagiert haben, wie viele das jetzt schon so kurzfristig unterstützt haben, obwohl es ja auch noch gar nicht feststand. Jetzt ist für mich wirklich sicher, das steht fest, an diesem Tag wird es beschlossen. Muss dann eben noch die paar Wochen durch Bundesrat und durch das Unterzeichnen des Bundespräsidenten laufen, bis es dann wirklich auch gültig wird. Das ist ätzend und kaum zu ertragen, aber bleiben wir positiv. Es ist bald geschafft. Wir paffen das. Und das heißt auch, wir haben jetzt nochmal ein bisschen Zeit, wirklich diese Änderungen, die da kommen müssen und kommen werden, vielleicht ein bisschen zu beeinflussen. Let's stay positiv. Bis bald.